Herzlich Willkommen meine Krossenreisenden. Ich begrüße euch hier vor meinem Eingarten. Es ist schön, das Voting war positiv. Über 50 haben mit Ja abgestimmt und das freut mich insbesondere, dass ich weiter Videos machen kann, weil momentan oder aktuell ist es ja so, dass Reisen nicht möglich ist. Natürlich kann man in die ein oder anderen Länder oder Orte hinreisen, aber dann auf eigene Gefahr muss nicht sein oder muss ich jetzt nicht unterstützen. Deswegen finde ich es toll, dass so viele abgestimmt haben und gesagt haben, ja wir wollen was anderes sehen. Ich bemühe mich euch was zu zeigen. Ich werde euch keine Ratschläge oder sonstiges geben. Dafür bin ich nur ein Leier, der ein Haus umgestaltet, dekoriert oder das Bestmögliche rausholt. Aber ich zeige euch mal ein paar Sachen. Rückblickend habe ich schon ein paar Videos vorher gemacht. Insofern ist das Video jetzt einfach nur eingespielt. Einfach zur Erläuterung. Ihr werdet jetzt schon mal den fertigen Zustand sehen, aber im Nachhinein seht ihr Videos, wie es am Anfang aussah oder wie es aussieht, wenn ein Elektriker fertig ist und was man damit zu tun hat. Also gehen wir mal durch. Ich nehme nicht alles mit. Wir kommen rein und haben hier auch gleich schon einen Sicherungskasten. Ein späteres Wohn- oder Schlafzimmer. Das kann man sich dann noch aussuchen. Und man sieht gleich, was für Tücken ein altes Haus hat. Die ganzen weißen Punkte sind einfach Verspachtelung von den alten Schrauben oder Nägel, die da drin waren. Und das ist so ein bisschen ärgerlich, weil man sieht an der Wand, dass es ziemlich viele sind. Und wenn natürlich der Vormieter oder die Vorbesitzer da nicht achten und einfach überall Nägel und Schrauben reinhauen, tut das einem dann selber weh. Weil das Mauerwerk wird beschädigt und ich weiß nicht, wie viele Löcher man machen kann oder was man alles dort sinnlos aufhängen kann. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Im weiteren Video seht ihr, wie gesagt, wo alles offen ist. Was dann wichtig ist, ist wie gesagt, mit Rotband am besten, ist so das Gängigste, zu verspachten und dann nochmal mit einem weißen Gips drüber, um einfach eine glatte Fläche zu bekommen. Auch später im Verlauf, je nachdem was man machen möchte, ist es einfacher, eine Tapete drüber zu setzen. Hier sieht man, dass es noch nicht ganz trocken ist. Muss auch trocken, das Ganze. Aber im späteren Verlauf, wie gesagt, seht ihr dann einfach, wenn man eine Tapete drüber setzt, sieht man den Hintergrund nicht oder die Wand im Hintergrund. Oder auch wenn man streicht, ist es einfacher. Die Decke, ich weiß nicht, ob man es hier, kann man es noch gut erkennen, war es auch Terracotta-Farben ähnlich, so wie hier. Haben wir drüber gestrichen, weiß nochmal, weil auch hier ist der Aspekt, oder man sollte klar darüber sein, wenn man die Terracotta-Farben lässt und eine weiße Decke drüber setzt mit der Tapete, dann wird es durchschimmern. Deswegen haben wir die Decke nochmal gestrichen, weil, wie gesagt, kommt eine Fließtapete drüber. Wenn man natürlich was anderes machen will, wie Rauchputz, etc., dann braucht man es nicht. Eine schöne Aussicht, die habt ihr bestimmt auch schon des Öfterens auf Instagram gesehen. Einfach traumhaft, mit dem Garten nochmal runter. Ist ein kleines Stück, auch nochmal eine kleine Terrasse. Und heute haben wir ein super traumhaftes Wetter. Wir haben es November und es sind immer noch 22 Grad hier. Gut, Sonne zu verdanken. Die Nacht hat es auch abgekühlt. Und der Anwendungsbereich von draußen. Die Fließen sind jetzt nicht meins. Fließen, Entschuldigung. Okay, Kass, Kacheln. Das ist auch jedem seins. Jedoch muss man dann natürlich überlegen oder bedenken, wenn man so ein Haus kauft, hat man nicht sofort hier drauf. Da kann man natürlich das Budget zur Seite legen und sowas zu entfernen. Aber das hat jetzt erstmal für mich keine Priorität. Insofern ist das erstmal dran gelassen. Hier habe ich dem Elektriker auch gleich gesagt, möchte ich Sprechanlage sowie Lampen links und rechts. Auch das immer bedenken vorab, was möchte man haben. Im Nachhinein ist es immer etwas schwieriger, wieder alles aufzustemmen oder neu zu verlegen. Insofern vorab Gedanken machen, wo will ich was haben. Wenn man hier und da nochmal, kann man ja vielleicht wieder drücken. Aber das Grobe und das Gängigste sollte man dennoch schon mal wissen. Und deine Vorgarten, deine ist gut. Auch nochmal ein paar Gradmeter. So ist das. Das Ganze, wie gesagt, ist vorab gedreht oder später gedreht worden. Deswegen kommen jetzt ein paar Videos, wie das Ganze vorher aussah und wie ich es zusprachte. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Wenn ihr noch weiter sehen wollt, lasst einen Kommentar dort. Lasst den Daumen da. Neue abonniert mich, dann könnt ihr weiter sehen. Das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, um jeden Abonnenten. Und wie gesagt, lasst unten drunter einen Kommentar da oder fragen, was ich genau weiterfilmen kann. Dann kann ich mich auch drauf einstellen. Wir sehen uns. Und hat mich gefreut, dass das Voting so positiv ausgegangen ist. Brauchst du reisen. So, meine großen Leistenden, wir sind hier in der Küche. Ganz wichtig, der Elektriker ist jetzt fertig. Bevor man verspacht wird, wie ich euch das sage, erst mal Fotos, Videos, sonstiges machen. Wie ihr den Kabel verbringen. Weil später gehen wir in der Küche und wollten einen Schlank aufhängen. Oder ich denke, was man da eigentlich will, was rauskommt. Und man wisst ja nicht, sind dort die Leitungen, wo man nicht. Natürlich kann man ja ein Piepsgerät oder ein Messgerät. Manchmal gibt es ja auch jetzt die Frage, haben wir schon lange gehen. Aber die Spiele, dass da ein Nagel drin ist, weil ja, ich brauche, du wisst es ja nicht. Ich nehme auch ja nicht die ganze Warte auf. Insofern, einfach mal abholen, was ich hier in der Küche mal filmen, was ich jetzt machen werde. Und dann seht ihr später, dass das geht. Einfach. Ganz wichtig, spacht in Masse, roter Hand. Tief, tief ein Löcher schön dazu machen. So, leider sind es hier und da, wie wir viele Löcher in der Arbeit und gar noch die Kabel rausgeholt haben. Ist leider so, aber möchte ich schon zu machen. Aber es gibt ja keine Probleme. So, jetzt zeige ich euch gerade mal. Gerade hier seht ihr. Und da jedes schon tief rein ist, Gemäuer, da braucht man natürlich mehr Spacht in die Masse oder halt Brot von dem Kletter kann man mit dem Kipps nochmal drüber gehen und das Ganze ausgleichen. Das Ganze hier einmal, wie gesagt, aus der Küche raus auf die Terrasse. Eine schöne Aussicht, wenn man Wochen tut. Das Ganze hier einmal, wie gesagt, aus der Küche rausgekommen. Das Ganze hier einmal, wie gesagt, aus der Küche rausgekommen. Das Ganze hier einmal, wie gesagt, aus der Küche rausgekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020